Mein Name ist Marco Grob, ich bin Epson Fotografieambassador und das ist mein Weg. Wahrheit ist ein zunehmend wichtiger Faktor in der Fotografie oder in Medien in generell. Und ich bin froh, dass ich für Magazine arbeite, wie zum Beispiel Time oder National Geographic Magazine, bei dem man eigentlich wirklich gar nichts retouchieren darf. Also ich bin gezwungen mit Licht und der Stimmung, dass wir dort irgendwas kreieren, was eigentlich dann in dem Moment die Realität darstellt. Du kannst dein Gesicht nicht verstellen. Das ist gewachsen über Zeit, wie dein Leben verlief. Und insofern hat das Porträt viel mehr Realität und auch Wahrhaftigkeit, dass man oft denkt. Ich war eigentlich immer ein Porträtfotograf gewesen, nur hat mir der Mut gefehlt, mich dazu zu bekennen. Ich wollte Musiker werden. Ich spiele Gitarre, seit ich 13 bin. Ich spiele immer noch Gitarre. Aber an einem schönen Nachmittag habe ich dann Eddie van Heelen beim Proben zugeschaut. Und in dem Moment wusste ich, das wird nichts für mich. Ich habe nicht, was Eddie hat. Dieses Natürliche, dieses Einfache, dieses Gelassene. Im gleichen Moment, bei dem ich eigentlich meinen Traum, Gitarrist zu werden, beerdigt habe, wurde mir bewusst, dass ich Zugang habe zu etwas, was mir sonst verborgen bliebe. Und ich habe dann die Kamera mitgenommen und an der gleichen Bühne fing dann eigentlich meine Karriere als Fotograf an. Das war die erste Session, die ich für Time Magazine hatte. Eine von dann sehr, sehr vielen. Als ich vor zehn Jahren in die USA kam, war das eigentlich so fast mein Durchbruch. Also insofern ist es sehr, sehr wichtig für meine Karriere und natürlich somit auch für mein Leben. Also ich denke, ich habe meine Arbeit dann gut gemacht, wenn das Bild wie eine Zwischenbilanz von einer Person zeigt. In ihrem Fall jetzt Ambition und dann sicher auch eine Verletzlichkeit und Intelligenz und dann aber auch wieder Härte. Vielleicht durch das, dass ich das nicht versuche zu überpowern mit irgendwelchen Ideen, wird das dann auch relativ authentisch. Diese Serie von Bildern hat mir die Türen geöffnet in ein Leben, das ich heute führe und das ich mir nie gewagt hätte, vorstellen zu führen. Ich denke, dass ohne zu printen kann man als Fotograf nicht wachsen. Wenn man das einfach nur auf dem Handy sieht oder auf dem Computer sieht, das hat so eine Flüchtigkeit, die sich dann auch auf seine Arbeitsweise überträgt. Wenn du das ausprintest und auf prominenten und grossen ausprintest, das fordert dich auf, wirklich genau zu arbeiten. Auf dem Print manifestiert sich eigentlich so die Summe dessen, was du alles gelernt hast. Und es ist einfach wunderschön. Es ist einfach etwas, was auch in der Zukunft, denke ich, Bestand haben wird. Ich glaube, dass mein Stil in dem Sinn, wenn ich es beschreiben muss, würde ich es als puristisch bezeichnen und habe es immer meistens so eine gewisse Intimität. Ja, ich werde nervös. Immer wieder und immer noch. Und ich glaube, dass das auch so eine Art ist, sich aufzuwecken. Das macht dich wach. Ich glaube, das ist auch gut so. Und es ist wie beim Schauspieler das Lampenfieber. Ich habe sehr gute Leute um mich. Wirklich die Besten, die ich mir wünschen könnte. Und das ist so, wir sind wie eine Band. Und dann gehen wir raus und spielen. Für große Ausstellungsprints haben wir jahrelang jetzt auf dem 11-880er gearbeitet und haben ihn jetzt durch den RP 20.000 ersetzt. Er printet auch viel schneller. In der Regel haben wir nicht mal irgendwelche Beanstandungen. Viele Erstprints hingen dann im Museum. Für mich war Ebsen auch immer gut, wenn es darum ging, eben bei Papieren ans High-End zu gehen. Die Fiber-Base-Apps und Papiere sind toll. Das war das erste digitale Grossprint, das ich je gesehen habe, so von meiner Arbeit. Und ich stand am Printer, als es rauskam und ich war so irgendwie, wow. Ich wusste in dem Moment, jetzt ist was passiert. Und die tiefen Schwärzen und das offene Weiß und der Kontrastumfang, das haben mich fast umgehauen. Ein Motiv wie David Lynch, der ist ja alles da. Da musst du nur draufhalten. Ja. Im Studio haben wir einen P800 für alle unsere alltäglichen Printarbeiten, Portfolio und so weiter. Und es ist eben auch gut zum Testen und neue Techniken auszuprobieren und dann direkt umzusetzen. Das hier ist zwar jetzt ein Experiment, aber es kann etwas inspirieren, dass man dann wirklich umsetzt, ganz bewusst so. Ich hoffe, dass man in all dem in der Abfolge dann mich sieht oder meine Arbeit sieht. Das ist mir schon sehr wichtig. Printen ist für uns und wird es wahrscheinlich immer bleiben, ein Teil unserer normalen Arbeit. Das wird wortwörtlich greifbar. Das gibt mir eine andere Wertigkeit meiner eigenen Arbeit zu mir selber. Ich denke mir, dass da eine grosse Wahrhaftigkeit ist und auch für den Fotografen selber eine grosse Möglichkeit an seiner Arbeit zu wachsen, weil man eben durch das Printen sich bewusst ist und sagt, das ist mir wichtig, das möchte ich in Zukunft eigentlich mehr machen. Wenn es nicht wert ist, zu printen, muss ich mich fragen, ist es denn wert, überhaupt zu fotografieren?